Der CMD-Basis-Kurs ist ein Kurs, wo die Grundlagen für Untersuchung und Behandlung des Tempromandikularenges gelegt werden, aber auch der mit den funktionell zusammenhängenden Strukturen, weil das ist eigentlich das Interessante am gesamten Kieferbereich, der Zusammenhang mit Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Nervenstrukturen, zum Beispiel Trigeminus, Schädelknochen und so weiter. Das wird alles in diesem Kurs mit unterrichtet.